Hier oben brauche ich auch noch... Ah, ist schon da, okay. Trage bitte. Müsste reichen, oder? Ja. Du auch bitte. Trage. Da oben, die sind ja soweit versorgt. Habe ich hier unten noch einen Rettungswagen? RTW plus NF. Hier habe ich auch keinen RT... Doch, hier habe ich noch einen RTW stehen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Kommt auch von unten, ne? Ah, der ist Desinfektion gerade. So. Noch mehr aufzuschneiden? Nö, ne? Die gehören nicht dazu. Gut, der kommt da gerade nicht weg. Macht nichts. So, denn... Du, den, du, abfahrt. Hier habe ich noch einen RTW, genau. Kommt der? RTW. Der kommt von hier. Wie sieht der aus? Der sieht gut aus. Wie sieht der aus? Der sieht gut aus. Dann übernimmst du den. Wie sieht der aus? Das ist auch scheiße. Übernimmst du den. So, gut. Der liegt da natürlich gerade sehr ungünstig in einer Ölpfütze. So, dann hätte ich jetzt gerne zwei RTWs noch. Es sind auf Anfahrt, ne? Du bist gerade... Ja, du fährst gerade irgendwie weg. So, du hast den geholt. Weg damit. Also, das hört sich scheiße an, aber... Ist ja so. So, der... Ah, halleluja. Der hier unten ist außer Dienst. Scheiße. Ja, gut. Kann man ja nicht ahnen. Dann kommt das LRF doch noch. Hatu, hata, hatu, hata. So, komm ran hier. Ihr nehmt gleich einen mit. Bevor hier noch irgendwas anderes passiert. Könnt ihr gleich einen wegfahren. Denn hole ich mal, wo ist der ELW? Da. Bau dich mal auf. Du nimmst den mit. Du holst bitte... Ne, ich bin doof. Da muss ich hin. Den ITW. Der kommt von da. Und dann noch ein 3RTW. So. Du in den rein. Du holst dir mal einen Rettungsrucksack, um den hier zu stabilisieren. Gut. Beziehungsweise du den. So. Und ab Transport. Ne, warte mal. Aber andere Klien ist egal. Da kommt das LRF. Ihr nehmt euch gleich den nächsten mit. Und zwar den da. So, dass ich hier jetzt erst mal die Einsatzstelle beräumt kriege. Hier ist natürlich jetzt erst mal Stau. Ist aber auch egal. Für Gewaltverbrech... Äh, Gewaltverbrechungen. Wieso ist hier... Eigentlich müsste das doch schon weg sein. Aber naja, ist ja auch egal. Gut. Gut denn. Da. Im NIF. So. Die FF kann abrücken. Status 2. Du ins Krankenhaus. Du Status 2. Ja, hier kommen sie natürlich gerade echt gut durch. Ist egal. Gucken wir doch an die Klinik. Medikus Klinikon. Ja, bleib einfach da stehen. So. ITW ist da. Absitzen. Trage. Ihr könnt beide gleich wieder einsteigen. Und ihr sollt bloß einen mitnehmen. Und zwar den da. Der qualmt doch hoffentlich bloß, ne? Ja, der qualmt bloß so. Gut. Ich hoffe sehr, dass bloß noch der eventuell mit Notarztbegleitung ist. Aber vielleicht auch nicht. Gut, dann kannst du den da übernehmen. Und du holst mal eure Trage. Ich brauche hier noch mehr Rettungswagen. Ist hier schon... Ist der hier mittlerweile schon... Ach nee, der kann nicht. KT. Ich hoffe. Geht. Ach guck mal, hier steht ja auch noch einer. Sehr schön. Wie sieht es mit dem hier unten aus? Ist der mittlerweile... Ja, ist wieder einsatzbereit. Also kommt der auch her. So, ihr transportiert auch gleich einen ab. Ihr nehmt den mit. Ihr nehmt den mit. Beiden da. Wir haben jetzt drei Notärzte an der Einsatzstelle. Rein da. Kannst zurück. So, und... Gut. Und ihr... Achso, du erstmal weg. Du auch weg. Gut. Dann habe ich jetzt noch einen Verletzten an der Unfallstelle. So, kommst du da mal rein. Hauptquartier. Du Status 2. Du kannst auch schon Status 2 machen. Gut, denn ihr Status 2. November. Genau. So. Der ist auch endlich da. Absitzen. So. Den haben wir das auch gleich geschafft. Ich glaube, es ist sogar schon eine neue Folge. Theoretisch. Ja, ich glaube, ja. Ne? Also, meine lieben Freunde. Herrli, hallo. Herzlich willkommen. Achso, hier oben ist noch der KT. Genau. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, schaut sie euch an. Unten in der Videobeschreibung ist die Playlist verlinkt. Könnt ihr euch jede Emergency 4 Mods Folge angucken, die es seit jeher gab. Sehr cool, ne? Oder was haltet ihr davon? So, du da rein. Ich hoffe, ihr braucht keinen Notarzt. Du minus. Und dann kann das 2 ja auch schon mal abrücken. Bleibt nur noch das 1er vor Ort erstmal. Status 2. Gut. Brauchst du einen Notarzt? Jo. Habe ich mir gedacht. Daher ist ja der BF-Notarzt auch noch da. Ihr fahrt aber ein Stück weiter weg. Guti. Denn du kannst das mal zurückbringen. Du der... Ne, nicht einsteigen. Ist egal. Du den... Du holst ja... Brauchst, glaube ich, keinen Sack mehr. Ich bin mir nicht sicher. Mal sehen. An sich können wir das abstreuen und den an die Bauhof-Crew übergeben. Und eine Pol. Weil die Bauhof-Crew kann dann... Kann dann abstreuen und alles übernehmen. Und die Pol... Wo ist sie? Nehme ich die hier. Nehme ich die hier. Fährt nur nach da. Gut. Wir rücken ab. Wir haben Gefahr beseitigt. Und dann könnt ihr einmal Status 2. Absitzen. Fährt nur nach da so. Und ihr nach unten so. Ist natürlich doof, wenn da gleich eine Pol steht. Aber ist egal. So, der ELW abbauen. ELW abbauen. Gibt nicht. Jetzt. ELW abbauen. Hä? Ist LRF. Status 2. Auf dem Weg. Irgendwie ist das da falsch. So. Status 2. Bauhof-Crew ist auch schon da. Schon unterwegs. Polizei steht auch da. So. Umlenken den Verkehr. Fließt das da wenigstens schon mal? Auf dem Weg. So. Absitzen. Das könnt ihr anlassen. Braucht ihr ein Besen? Da. Da steigt mal einer von aus. Zack. Zack. Kannst du den wegleiten? Ich glaube nicht, ne? Auf dem Weg. Nein. Jetzt dreht der. Steck da. Steck da. Bleib hier. Bleib hier. Scheiße. Das wollte ich nur nicht. Ah, die Pol kann man also auch umleiten. Ist das schon immer so? Ich glaube nicht, ne? Wo ist denn jetzt der mit dem Besen? Du bist der mit dem Besen, ne? So, zu wem gehst du? Du, du. Du, du sollst auch nochmal Abschleppfahrzeuge für den holen. Und für den. Eins, zwei, drei, vier. Perfekt. In den einsteigen. Okay. So. Das haben wir gesäubert. Bauhof Crew kann aufsitzen. Könnt ihr eigentlich auch Abschleppfahrzeuge holen? Nö, ne? Oh. Wartet mal kurz. Ja. Wir sind gerade bei 20 Minuten. Ja, toll. Meine Freundin ruft gerade an, aber ich kann gerade nicht, Prinzessin. Oh. Status zwei. Warte mal. Mach mal bitte. Debug. Jetzt müsste er wieder hier sein, ne? Ja. Status zwei. Aus allen Ecken. Achso, das ist ein Polizei-Auto. Daher kann ich den nicht umlenken. So. Das ist natürlich doof, dass ich gerade mich versucht habe, anzurufen. Aber was soll's. Ich tue einfach so, als hätte ich es nicht gemerkt. Und ich hoffe, dass ihr diese Folge nie sieht. Was sie eh nicht wird. Gut. Du nimmst dir den mit. Guli. Eine Nachricht. Playbox. Anruf hat keinen... Pullraub. 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 Du mal da rein. Und fahr mal ganz schnell nach da. Den anderen kannst du später abholen. Ist da noch Ölspur? Ja, ist noch Ölspur. Sehr schön. So richtig gerochen, Anton. Gut, dass du die Bauhof-Crew geholt hast. Wo ist sie denn? Da. Absitzen. Peng. Muss man immer erst einmal anschießen. Peng. Immer erst einmal anschießen. Peng. Einsatz abgearbeitet. THVU schwer. Sehr schön. Guck dir das an. Alles weg hier. Alles weg. So, dann kannst du auch mal einmal runterfahren von der Kreuzung. Weil dann fährt der Verkehr schon mal wieder. Bauhof-Crew, du holst dir bitte einen Sandsack. Du kommst auch von der Straße runter. So, meine lieben Freunde. Jetzt schön vorsichtig hier. Da. Und du holst dir auch nochmal einen Sandsack. Oh, jetzt habe ich ein ganz schlechtes Gewissen. Dass ich nicht rangegangen bin. Ich glaube, dann nehme ich doch bloß zwei Folgen auf. Und hier am Samstag nochmal auf. Also, ja. So, reichen euch auch zwei 10 Minuten von hier, ne? Eigentlich schon. Ja, fahr ihn fast um. Fahr ihn doch fast um. Alter, komm noch dichter. Komm noch dichter, du Straßenbahn. Ja, fährst du den jetzt auch wenigstens? Nö. Egal, dann mache ich jetzt... Ja, geh in die... Er steigt in die Straßenbahn ein, um zu schweigen. Ist das genial. So. Fertig gleich. Sag an, wenn du fertig bist. Wenn der Besen sich nicht mehr bewegt. Jetzt. Zack, 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 zack. So, die macht da. Ich habe genau an diese Stelle gerade hingeguckt. Ich habe genau hier hingeguckt. Ist das geil. So. Einmal nach hier alarmieren. Denn einmal haben wir einen Rettungswagen da. Joa, joa, Ludo. Wo ist er denn? Da. Kannst du auch hier stehen bleiben? Absetzen. Ja, jawohl. Alter, so ein Feigling. Den brauche ich jetzt im GKW. Kommt hier gleich einer vorbei? Joa. Nehmen wir den da. Absetzen. Rettungsrucksack. Geht aus. Und da rein. Da ist auch irgendwas. Hatte ich da von einer Alarmierung? Gewaltverbrechen. Ladendiebstahl. Oh. Bauchschmerzen. Akutes Abdomen. Ja, gut. Ist egal. Wir... Ja, ich verabschiede mich von euch. Waren jetzt, glaube ich, bloß zwei Zehn-Minuten-Folgen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall samtags nehme ich den nochmal auf. Weil da habe ich wieder sturmfrei, würde ich fast sagen. Und dann bis dahin. Also morgen. Heute ist ja Freitag. Ich nehme am Freitag auf. Und Samstag lade ich es hoch. Und ja, gut. Bis dahin, meine Freunde. Bis dahin. Tschüssi, Kowski und Bussi, Bussi. Hab euch lieb. Tschüss.